Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Über den ganzen Unsinn, der hier verbreitet wird, Russland hat niemand von der NATO angegriffen. Wir sind nicht im Krieg mit Russland bis jetzt, weil bisher die Forderung von Herrn Kieserwetter und den anderen hier zurückgewiesen wurde, durch den Bundeskanzler zu Recht keine Taurus zu liefern. Was die Amerikaner jetzt machen wollen, ist in unserem Land zusätzliche Atomraketen mit langer Breitfahrt zu stationieren, und das in fünf Gebieten der Welt. Das, was nämlich bei uns geplant ist, wird noch in fünf anderen Regionen, zum Beispiel im asiatischen und pazifischen Raum, geplant. Das wissen Sie alles nicht. Dann muss der Bundestag aber auch eine öffentliche Debatte anleiern, wo die Herrn Richter, Kujat, Fahrt und andere was davon verstehen, denn Sie verstehen nichts davon. Da muss die Öffentlichkeit aufgeklärt werden. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will kein Atomraketen. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Kommen Sie zum Schluss, bitte.